Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil, gode Veronika. Ähm, schön, dass ihr da seid. Wir haben die Maschinenpistole geholt. Some Maschinenpistole. Ähm, die legen wir erstmal wieder ab. Ja, es ist halt jetzt einfach nachteilig, dass wir, wie soll ich sagen, leider die Armbrust nicht mehr nutzen können, weil die hat der Claire. Und ja, es, äh, aber wir haben Maschinenpistolen, wir haben vier Slots frei. Ich denke nicht, dass wir für Chris, für Chris, Chris auch noch, ähm, irgendeine Taschenerweiterung finden werden. Das ist, bezweifle ich, sehr stark. Aber wir gucken mal. Hier, Raval haben wir auch freigespielt. In der letzten Folge haben wir Raval freigespielt. Wir sind noch nicht weit gekommen. Äh, ich darf Karte gucken. Es gibt nur einen Ausgang und vor dem stehen wir. Schalter um den Fahrstuhl zu rufen, den Fahrstuhl holen. Ja. Aha, das hätte ich vielleicht am Anfang schon machen können. Währenddem wir gegen den Wurm gekämpft haben. Gegen das kleine Wurmling, ja? Wo ist die Fahrstuhlmusik? Hier gibt es immer Fahrstuhlmusik. Wo ist die Fahrstuhlmusik? Entschuldigung, bitte wie? Nein, 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 nein. Ich bin Chris Redfield. Haha, oh oh. Nein, 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 nein. Jetzt bleib unten. Ich hab hier keinen Bock auf dich. Okay, da sind noch zwei. Ich hoffe, die spawnen hier nicht alle wieder. Der bleibt auf jeden Fall auch unten und der will nochmal aufstehen. Aber das weiß ich zu verhindern. Okay, und somit ist meine Pistolenmunition gleich wieder weg. Super, toll. Toll, 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 toll. Also hier kommen wir nicht mehr durch. Ach, hier kommen wir ja gar nicht mehr durch. Also der Wurm kann ja jetzt hier nicht mehr, hm? Nein. Der Panzer ist auch wieder da. Da geh ich jetzt direkt als erstes hin. Ja, guck, jetzt ist der Knopf offen. Ach so. Ach so. Zum Glück hat da jemand den Vorwärtsgang eingelegt und nicht den Rückwärtsgang. Geld, Chris? Schön. Erstmal direkt den Bereich untersuchen, den man noch nicht untersuchen kann. So. Oh Gott, hoffentlich sind da unten nicht so viele. Nein, der, der... Also der Raum da unten sollte ja eigentlich gesäubert sein. Da ist ja dieser, äh, dieser Alfred Ashford immer durchgewuselt. Das heißt, es sollte eigentlich alles sein Senktloch... Deckel, Gulli? Er ist gut verschlossen. Ich kann ihn von hier nicht öffnen. Ah, ja. Ja, ja. Oh. Oh. Schrotpatronen. Patronen. Und hier haben wir doch mal grün und blau. Er gibt zusammen grau. Ich glaube, das war sogar so. So grün, blau und rot gemischt gab... Bei welchem Resident Evil war das jetzt? Beim Dreier gab das grau. Herr Himmel, Herrgott nochmal. Was ist denn hier heute hier? Hey, Party oder was? Ja. Da findet man ja heute alles. Heutzutage ist echt alles möglich. Yay! So, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss erst mal ein paar Sachen ablegen. Äh, ich lege einmal diese... Diese. 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 Aber warte, kann ich die hier? Nein, leider nicht. Die müssten wir dann separat noch nachladen. Ich hoffe, ich denke daran. Jetzt kann mich auch jemand von euch gerne daran erinnern, falls ich für den Fall, dass ich es vergessen würde. Ähm, was auch sehr gut vorkommen kann. Wie sieht's mit unserer Gesundheit aus? Ich bin auf Achtung. Warte, ich... Ich hau mir das mal eben schnell hinter die Kiemen. Gut. Ähm... Ähm... Ich möchte gerne die Farbbänder nehmen. Genau diese drei Farbbänder, die da vor dir auf deinem Tisch liegen. So, weil dann machen wir die... Klatschen wir die gleich noch hier dazu. Ich hab 16 Farbbänder. Also wenn ich mit den 16 Farbbändern nicht durchs Spiel komme, hm? Dann hör ich auf. Ich seh mich schon vom Endboss, das letzte Farbband zu... Es reicht... Es reicht ganz knapp. Was ist denn das? Oh, eine Batterie. Oh, auf Gottes Willen. Spiel, 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 Spiel. Spiel, 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 Spiel... Au, au. Ih, Ih, nein. Äh, äh, lass das. Ah. Jetzt reicht's mir. Dieses miese kleine Kackfee. Dieses miese kleine... Ah, nein. Get off me. Da ist noch eine. Bin ich vergiftet? Nein, ich bin nicht vergiftet. Ich höre dich Aber ich sehe dich nicht Ah Ah Nein Nein, nein, nein Nein, 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 nein Jetzt bin ich verkiftet Nein, aber beinahe im Arsch Jetzt bin ich beinahe tot Jetzt muss ich da wieder rein Diese kleinen verfluchten Kackviecher Ich hasse euch Ich hasse euch Ich hasse Spinnen Wie die Posten Nein Ich will keine Spinnen Jetzt habe ich natürlich nur eines So warte, ich lasse die mal hier Weil ich brauche diese vier Slots frei Ich weiß, wo ich Die Batterie einsetzen kann Ich glaube, mich zu erinnern zu können Weil ich habe sie einmal durchgespielt Als ich noch ein kleiner Bangle war Also eigentlich vorgestern Nein Ich war, ich war Ja Das ist ja Scheiß Spinnen Scheiß Spinnen Haben die mich gleich beinahe tot gemacht hier Och, und wenn jetzt da drin wieder die Zombies gespawnt sind Dann raste ich hier total aus Scheiß unfaires Scheiß Spiel Und doch liebe ich es Ich kann nicht ohne Ich kann nicht ohne, nein Nein, alles gut Boah, da hat das Spiel nochmal Schwein gehabt Und zwar hier, dieses Dingens hier Die Batterie wurde entfernt Aha Das ist das Einzige, an was ich mich erinnern konnte Da muss eine Batterie sein So, komm, geh mal hoch Chris, Chris, Redfield Hebebühne hochfahren Ja, bitte Was haben wir hier? Chem-Lagerschl Nehmen Chemischer Lagerschlüssel Wahrscheinlich Chemie-Lagerschlüssel Hier ist ein Dokument Bericht der korrisionsresistenten Legierung Eigentlich hatten wir ja vor Die neue korrisionsresistente Legierung namens Deploit Entmischung aus Deadpool und LeFloid Deploit Oh mein, warum macht das mein Hirn? Dazu zu verwenden, eine Lagerkapsel für unsere neue Substanz zu bauen Wir mussten diesen Plan aber schließlich doch fallen lassen Denn trotz ihrer großen Widerstandskraft gegen alle möglichen Chemikalien bis hin zu den stärksten Säuren Löst sie sich doch schnell auf, wenn sie mit einer Mischung aus Element Alpha und Clement E weiß ich jetzt nicht E weiß ich jetzt nicht In Griechisch, also Latein, weiß ich nicht In Berührung kommt In Anbrach des tödlichen Potenzials der neuen Substanz Können wir bei der Wahl eines Materials für ihre Lagerung gar nicht vorsichtig genug sein Stattdessen haben wir das Deploit Oder Deploit Jetzt für den blauen Teil der Adlerwappen genutzt Information zu Clement Die Alpha-Variante wird zur Waffeninstandhaltung eingesetzt Und weist keinerlei merkwürdige Eigenarten auf Die E-Variante hingegen verfärbt sich bei einer bestimmten Temperatur blau Ein merkwürdiger Zufall, dass diese Temperatur exakt dem Datum entspricht An dem diese Trainingseinrichtung fertiggestellt wurde Aufgrund unserer Analyse der E-Variante Glauben wir, dass Clement noch mehr zu bieten hat Sobald wir neue Fakten herausfinden, werden wir sie in diese Datei aufnehmen Das ist jetzt aber peinlich, dass ich das Latein nicht kann Also ich hatte nie Latein in der Schule oder so Chemie schon gar nicht erst There was a friendly but naive king Who wed a very nasty queen Who is that? It's not me Alexia? No! She's already fully awake Chris, oh little fishy Come see my hook Chris, I'm sending some company to keep you entertained Consider this a small welcoming gift from me Enjoy Oh nein Oh nee, oder? Ach, immer diese Umstände hier Macht euch doch nicht immer so Umstände, bitte Ähm Okay Das heißt, dass das war ein Hunter Das war ein ganz kleiner Hunter Das habe ich genau gesehen Und wenn ab jetzt Hunter ins Spiel kommen Dann haben wir ein echtes Problem Dann haben wir jetzt ein echtes, 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 richtiges Problem Also den können wir speichern Wir kommen unten komplett durch Um rauszukommen Frage ist nur Wohin mit dem Schmarrn Da unten Dann kommen wir auch noch nicht weit Da Also hier sind wir hergekommen Wir können in den Fahrstuhl Wir können aber auch hier raus Ich weiß das, dass ich hier raus kann Ich weiß das Oh, das ist ein Loch Oh nein, nein Dankeschön Danke für gar nichts Das darf doch nicht wahr sein Ich komme ja auch gar nicht durch Das Aderschild wurde in die Kanalisation gespült Unten scheint ein Gang zu sein Das sehe ich nicht Und wir kommen hier auch nicht lang Unten komme ich ganz los durch Naja, unten kommen wir komplett durch Von wegen So ein Müll Ah, nein Ich bin immer noch überrascht Ich bin immer noch überrascht Aua Oh, ich habe einen Vogel auf dem Dach Höre ich gerade Macht's auf einmal aus dem Nixchen Au, nicht ins Feuer, du Trottel So, hä Hm Das ist eine Taschenerweiterung Ich finde eine Taschenerweiterung Bist du tot? Nein, ist er nicht Jetzt aber Ich habe gleich keine Munizierung mehr Uh Oho Hm Das war nice Das war voll nice Hier ist eine Seitentasche Damit können sie mehr Items tragen Ja Ja, gurr, 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 gurr Finde ich auch cool Ist zum gurren Äh, möchten Sie sich damit ausrüsten? Nein, warum auch? Ich habe es ja gerade gefunden Okay, und jetzt mach mein Headset schon So Ja, ich weiß kein Headset Ich höre dich Mal eben schnell hier einstöpseln So Weil das Geräusch ist äußerst lästig Aber jetzt hat es aufgehört Oh Dann hätten sie sich auch einen schöneren Warnhinweis Oh, Pfeile Ähm, ähm, einfahren lassen Zum Beispiel The battery is low The battery is low Aber anstelle von Anstelle von The battery is low Kommt bei mir einfach Ein Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bba Warte mal War da hinten nicht noch eine weitere Tür? Doch hier Hallo, durch den Brand zerstört. Was? Keine Reaktion. Es wurde vermutlich durch den Brand zerstört. Und warum jetzt das, bitteschön? Okay, ich scheine das andere nehmen zu müssen. Das scheint nicht zu laden. Einen Moment, es tut mir sehr leid. Einen Mene Mixe, rein mit der... Hat ich mal was Falsches gesagt? Ich kann auch Nixe sagen. Nixe. Einen Mene Mixe, rein mit der Nixe. Ja, genau. Das geht auch. Ergibt total keinen Sinn, aber das ist völlig okay. So, sind wir jetzt... Jetzt sind wir hier... Ah, wir sind hier. Ich dachte, der Raum ist zu. Oh ja, ist er auch. Hä? Und warum zum Teufel soll ich dann da hin? Was auch Spaß an der Freude. Und hier komme ich nicht durch. Die Türklinke fehlt. Ich kann sie nicht öffnen. Was für eine Nullrunde. Naja, nicht ganz. Ich habe eine Tasche gefunden. Yay! So, also müssen wir wieder hier lang. Dann müssen wir wieder rüber. Dann müssen wir wahrscheinlich mit dem Fahrstuhl. Also in dem bin ich richtig gut. Falscher Weg finden. Ist immer top bei mir. Ist immer on the top. So, nehme ich halt hier einen Fahrstuhl. Ich gehe mal direkt ganz runter. Weil wir brauchen ja dieses blaue Wappen. Emblem. Wappen. Dingsbums. Ah, guck. Aha. Ist doch. Oh. Also warte mal. Erstmal hier Munition. Okay. Dann haben wir hier Munition. Das ist auch okay. Dann haben wir hier. Einen Spaß. Das war eine Schrubflinte. Ach. Ja, ja, komm. Ist völlig okay. Ich gehe hier lang. Ich wollte sowieso hier lang gehen. Oh je, meine. Oh je, meine. Was bist du? Nichts von Bedeutung. Bis es sich öffnet. Dann wird es was von Bedeutung sein. Weil es mich dann nämlich anspringen wird und mich töten will. Ich habe meine Schrubflinte-Munition nicht dabei. Was bist du? Auch nichts. Ein Bedienungspult für die Kapsel. Den Schalter betätigen. Ich weiß nicht. Ja. Oh, das war gut. Oh, das war gut. So kann es nicht herausbrechen, um mich töten. Wir haben noch ein halbes Magazin gefunden für, für, ähm, hier. Äh, die Maschinenpistolen. Die ich nicht bei mir habe. Oh, jetzt sind wir hier. Ah. Eine Schalltafel. Sie ist fest zu und kann nicht benutzt werden. Schade. Ah, stimmt. Das ist ja hier. Warte mal. Kann Chris, kann Chris vielleicht? Ah, warte, warte. Nein, ich komme da nicht dazwischen. Chris könnte die nämlich mit Sicherheit schieben. Mit Leichtigkeit. Was ist das? Tür-Tür-Tür-Klinke. Yay, ich habe... Oh, 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 das sind mehrere. Nein, 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 nein. Warte, erst mal raus und dann rennen. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, die töten mich. Die werden mich zerflaschen. Nein. Nein. Oh nein, man, nein, 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 nein. Jetzt dürfen wir den ganzen Mahn noch mal machen. Es darf doch nicht wahr sein. Es darf doch nicht wahr sein. Ja, grab mal. Geh du die Scheiße her. Jetzt darf ich alles noch einmal tun. Ich darf alles noch einmal tun. Hey, Raval. Wie liegt es sich? Heißt der eigentlich Raval? Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin total verunsichert gerade. Warum kommen da auch zwei Hunter? Der hat nur einen freigelassen. Das gibt es doch nicht. Ich habe mich ja schon mit einigem Scheiß rumgeschlagen. Aber jetzt wird es echt schwierig. Vor allem, da wir permanent mit hier Knappheit leben müssen. Und ja, ich habe jetzt absichtlicherweise mein Nein, geh weg. Verschwinde. Hau ab. Lass mich in Ruhe. So, sind die anderen da, hä? So. Warte, warte, warte. Habe ich gleich. Nein! Oh, prescht der auf einmal einfach vor hier. Hey, hallo? Sag mal, spinnst du? So, jetzt lasse ich mich auch von den Spinnen nicht so kaputt machen. Jetzt muss ich gucken, wie weit ich in der Folge noch komme. So weit wie möglich müssen wir jetzt noch kommen. Oh, hoppla. Tschuldigung. Und dann gibt es hier schöne Sequenzen, die man nicht überspringen kann. Aha, aha, aha. So, komm. Runter jetzt. Oh Mann, 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 oh Mann. Bisschen hier, ähm, 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 Musik machen. Es dribbelt immer so in der Nase, wenn ich das tue. So, also wir haben draußen ein grünes Kraut und hier drinnen ein grünes Kraut. Die beiden werden grünes Kraut. Die beiden werden direkt gemischt. Damit wir uns einmal direkt voll heilen können. Das blaue Kraut kommt in die Kiste. Hier nehmen wir eine Miste, alles in die Kiste. So, Pistole und Maschinenpistolen. Das sollte, glaube ich, reichen. Oder soll ich nur die Maschinenpistolen mitnehmen? Wir treffen oben nochmal auf ein paar Zombies. Und wir kriegen dann die Schrotflinte. Von dem her, ich könnte die eigentlich hier lassen, komplett. Komplett. So, muss ich das mitnehmen? Scheiß auf die Farbbänder, ich glaube, die Lenden. Ich kann nicht draufscheißen, ich muss sie mitnehmen. Und dann draufscheißen. Oh, ich sollte meine Waffen nach Hause rüsten. Ah, ich sollte meine Waffen nach Hause rüsten. Ah, ich habe vergessen, meine Waffen nach Hause zu rüsten. Ich habe die Kiste mit der Munition da vorne auch vergessen. Schön. Also, einmal Batterien-Ski, danke. So, jetzt dürft ihr gerne kommen. Na los, komm her. Ich schieße, ich schieße, ich schieße, ich schieße, ich schieße, schieße. Jawohl. Don't touch it. Au. Boah, boah, was ist? Nein, ih, was ist das denn? Ah, ih, ih. Ah, mach's platt, mach's platt, Chris. Was war das denn jetzt? Wo ist denn das jetzt hergekommen? Ich kann nichts aufheben. Ah, doch, jetzt. Ih, ich habe dir den Arsch, ich habe dir den Arsch zerschossen. Und dann krabbelt die einfach nur so lässig weiter, so. Ja, mach mir nix. Das ist voll egal, Chris. Das hat schon eine andere von mir gedacht. So, wir sind wieder eine Komaßen genesen. Muss ich den Scheiß hier nochmal schnell ablegen? Weil ich Trotteln vergessen habe, dass ich den Scheiß hier noch liegen habe. Naja, aber das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht hier. Das Spiel überrascht mich immer wieder aufs Neue. So, wir haben noch 83 Prozent nach zwei Spinnen. Ich will die Pistole trotzdem mit. Ich nehme die Pistole jetzt trotzdem mit. Mach der Hund drauf, ist egal. Ich nehme die Pistole jetzt trotzdem mit. Aber wir finden ja noch die Taschenerweiterung. Ja. Ich lade gerade mein Kraut in die Pistole. So. No more Spiders around here. Thank you. Thank you. So. Hallo. Bin wieder da. Ähm... Da rein. Genau. Wir müssen ja erstmal hier das Ding ablegen. Batterie, 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 da rein. So. Ja. Also springst du jetzt hoch. So, Kontrolltafel, Hebebühne, ja, ausfahren, hochfahren. Hauptsache fahren. So ein bisschen Zeit kann ich sparen, indem ich dieses hier nicht mehr vorlese. Weil das habe ich ja in der Folge schon vorgelesen. In derselben Folge vorgelesen, jetzt nochmal vorgelesen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das kann ich überspringen. Das kann ich überspringen. Oh, jetzt haben da zwei durcheinander gesunken. Lass doch die eine mal die andere aussingen, bitteschön. So, also. Schnell rüber. Zombies wegblasen. Tasche holen. Ja, das kenne ich auch. Oh. Oh. Ein sehr schöner Moment. Da fließt dieses Emblem den Schacht entlang. Wie mein Lieb. So, warte. Jetzt werde ich mich hüten. Hier alle meine Missionen für die Dinger zum Schnetzeln. So. Au. Ah. Tortel. Woo. Das war nice. Nein, 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 nein. Bluter, du Bastard. Bluthut, weil es gut tut. Ha, ha, ha. Entschuldigung. Ich lasse es jetzt wieder mit diesen Flachwitzen. Hier haben wir die Pfeile noch. Die nehmen wir auch noch mit. Ich weiß ja nicht mehr. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, ob wir irgendwann nochmal Claire spielen. Oh, jetzt muss ich nicht. Oh, Verzeihung. Da hat mein... Oh, nein. Entschuldigung. Da hat mein... Stream Deck nicht schnell genug reagiert. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ein bisschen stark sogar. Vor allem, weil ich direkt vor dem Mikrofon gesessen bin. Oh, nein. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es... An alle, die Kopfhörer tragen, muss ich jetzt lauter reden für euch. Da unten war, glaube ich, nichts. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr. Wo bin ich? Was tue ich hier? Und die Zeit ist abgelaufen. Ja, jetzt muss ich... Jetzt muss ich... Jetzt muss ich... Es geht direkt wieder ganz rum. Ich bin im selben Stock wieder ausgestiegen. Ah, ja, nein. Hä? Nee. Wohin bin ich das letzte Mal gefahren? Direkt nach ganz hinten? Glaube ich, mich erinnern zu können. Wie gesagt, alles, was gut unten her ist, kann ich mich nur noch glauben erinnern zu können. Ich bin richtig. Ich bin molto tutto bene. Corrector mundo. So, die hier direkt am Anfang. Komm, gib, 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 gib. So, sollen die Hunter jetzt mal kommen. Ich bin total genährt. Gut gestärkt. Total gestärkt. Gut genährt. Ja, so. Jetzt hab ich's. So. Jetzt gehen wir hier schon mal rein. So, dann würde ich doch sagen, hier war's das für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein. Entschuldigung für den Kopfhörerzerstörer Nisa. Der Nisa des Grauens. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag jetzt ganz bewusst sehen, weil nicht... Alle, die in der Folge dabei waren, werden wahrscheinlich nicht mehr was hören. Es tut mir sehr leid. Ja, und, ähm, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!